Von der Markeneintragung über die Verpackung bis hin zu Webetiketten, die man sich drucken lässt, irgendwelche Hang-Tags, die Klamotten selber und so weiter und so fort. Was kostet es eigentlich, ein Modelabel zu gründen? Darüber wollen wir heute sprechen. Ich habe das Ganze gemacht, will euch jetzt wirklich mal ein Video aufnehmen, wo alles drin ist, weil auf YouTube habe ich einfach keins gefunden, wo wirklich mal alles aufgezählt wurde, weil immer nur irgendwelche, naja, okay, so Pi mal Daumenwerte waren, aber nie einer richtig mal alle Kosten aufgezählt hat. Es gibt nämlich Möglichkeiten, wie du auch ein Modelabel rausbringst, es deutlich günstiger zu machen, ohne halt Zehntausende Euro oder Tausende Euro da auszugeben. Und da will ich euch mal heute so ein bisschen Beispiele geben, wie ihr das Ganze machen könnt. Gut, das Erste, was du brauchst, ist ein Gewerbeschein, denn du hast ja eine selbstständige Tätigkeit, die auf Dauer angelegt ist, eine Tätigkeit, die eine Gewinneabzielungsabsicht hat und nicht illegal ist. Damit sind halt alle Punkte erfüllt und du musst entsprechend halt einen Gewerbeschein anmelden. Der kostet halt 25 bis 50 Euro, je nach Bundesland, wo du halt bist und damit bist du dann auch schon ready. Geht ganz schnell auszufüllen. Ich habe auch extra eine Anleitung gemacht, für die, die es interessiert, einfach mal einen Gewerbeschein über und unter 18 eingeben. Da kommt er auch auf das Video oder eventuell unten in der Videobeschreibung, wenn ich daran denke, da ist es drin. Ansonsten bei mir auf dem YouTube-Kanal, da weißt du, wie du es ausfüllen musst. Das Nächste, wo die meisten Leute ankommen, ist, oh, da muss ich ja gleich hier, wenn ich eine Idee habe, mir das Ganze schützen lassen. Und das ist gleich zu Anfang, finde ich meistens immer ein bisschen früh, weil sich so ein Ding schützen zu lassen, macht das doch erst, wenn du wirklich weißt, dass die Brand halt gut funktioniert und wenn das Ganze ein Erfolg wird. Weil nicht immer wird gleich deine erste Brand der Mega-Erfolg und den du gleich schützen musst und dieses Kapital, was du da zu Anfang halt verbutterst, das kannst du dir auch natürlich sparen und dann eher in dein Marketing investieren. Da hast du höchstwahrscheinlich mehr vor. Wenn du jetzt die super Mega-Idee hast, kannst du es natürlich machen. Es gibt halt mehrere Möglichkeiten, das zu tun. Einmal bei uns hier in Berlin, in der Lindenstraße, da kannst du halt zum Deutschen Patent- und Markenamt und dort eine Gewerbeanmeldung selber vornehmen. Oder halt übers Internet, kostet so 350 Euro im Schnitt, damit bist du dann auch abgesichert. Die Sache ist, kommt immer darum an, was für ein Patent du machen willst, deutschlandweit, europaweit oder diese ganzen Sachen. Fang erstmal in Deutschland ein, ist halt günstiger und wähl deine Nilsa-Klassen aus und dann hast du es. Du kannst es natürlich auch über einen Markenrechtsanwalt machen. Der ist, oder du, also ich habe es jetzt über einen Markenrechtsanwalt gemacht, den wir ja auch auf dem YouTube-Kanal haben und der hat dann natürlich dafür deutlich mehr genommen. Die nehmen dann im Schnitt bis zu 1.000 Euro dafür. Damit kannst du aber auch sicher sein, dass das Ganze durchgeht. Weil es kann nämlich sein, wenn du nicht richtig gut Research gemacht hast und deine Marke eventuell irgendwas halt hat, wo sie nicht eintragungsfähig ist, dann hast du halt ein Problem und dann kriegst du diese Marke nicht eingetragen. Beispiel Selfmade, die Marke, kannst du nicht eintragen, weil das Ding einfach selbstbeschreibend ist und nicht wirklich ein Alleinstellungsmerkmal hat. Und wenn du so eine Sachen dann nicht weißt, dann kann es auch mal sein, dass du denen öfter diese 350 Euro ausgeben musst und dann wird es im Endeffekt teurer. Das Nächste ist, wir wollen ja unsere Designs irgendwo kreieren. So, und das machen wir mit verschiedenen Tools und zwar einmal dem Affinity Designer von Serif oder halt dem Adobe Illustrator. Das ist das, der Illustrator ist das Programm, was eigentlich alle wählen. Deswegen sage ich jetzt zu Anfang, wir haben es für 23,79 Euro, kostet das im Monat. Erster Monat ist gratis. Da kannst du dann deine T-Shirt Designs herstellen, wenn du es im Einzelabo halt kaufst. Ist ein monatliches Abo, aber dazu sei gesagt, früher haben diese Programme tausende Euro gekostet und heute kannst du es halt für 23 Euro hier einmal im Monat halt testen. Ist auf jeden Fall noch günstiger. Also wer jetzt auf dem Tablet designen will, der hat noch einen Vorteil. Der Affinity Designer kostet nur 9,99 Euro. Also du brauchst auch keine mega teure Software, wenn es darum halt geht. Photoshop könnt ihr natürlich auch nehmen, je nachdem, was für Designs ihr machen wollt. Gut, die Verpackungssachen lasse ich jetzt hier noch stehen. Als nächstes brauchst du aber ein Shop-System. So und was benutzt du da? Am besten Shopify, weil wer mit Facebook und Instagram und diesen ganzen Sachen aufgewachsen ist oder halt StudiVZ, wer es noch kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Was war eure LieblingsstudioVZ-Gruppe? Das ist eine gute Sache. Schreibt das mal in die Kommentare. Jetzt machen wir mal ein Battle. Was ist die lustigste StudiVZ-Gruppe, was ihr noch kennt? Das gerne in die Kommentare. Wie gesagt, wer diese Sachen noch kennt, der ist halt bei Shopify gut aufgehoben, weil du da wirklich 1 zu 1 die Sachen siehst, was halt auf deiner Webseite passiert. Du brauchst nicht coden können, um da irgendwie so ein Shop-System zusammenzubauen. Auf der einen Seite stellst du ein, wie das auf der anderen Seite aussehen soll. So und dann kannst du damit ganz einfach ein Shop-System kreieren. Wie man sowas macht, habe ich hier auch auf dem YouTube-Kanal gezeigt. Also dass du dann siehst, wie bei euch sowas halt alles aufrufen, musst du achten. Und diese ganzen Sachen, das sprengt jetzt hierbei weiter in dem Rahmen, um das hier zu erklären. Deswegen, da guck dir lieber das getrennte Video dazu an. Es gibt natürlich noch so ein paar Sachen, die müssen wir bei unserem Shop beachten. Der muss rechtssicher sein. Dafür solltest du den Händlerbund oder halt ihr Recht24 und diese Sachen in Anspruch nehmen. Da kriegst du halt für 8,90 Euro deine AGBs, Datenschutz und diese ganzen Sachen, dass du da einfach ruhig schlafen kannst und auf einem guten Weg bist. Das nächste, was du brauchst, sind Apps, die in diesem Store laufen. Also wenn du jetzt irgendwie eine Rechnungs-App hast, irgendein Kunde, der jetzt was kauft, der braucht ja auch eine Rechnung kriegen. Oder Printer Pro und diese Sachen halt oder eventuell andere Apps, was du haben willst. Da solltest du so 15 bis 20 Euro nochmal rechnen an irgendwelchen Apps im Monat, die du da halt auch noch in deinen Shop implementierst. So und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo es nämlich massenweit auseinander geht und zwar dem Punkt eigenes Mode-Label und die Klamotten. Denn nämlich, ja, was wäre ein eigenes Mode-Label ohne entsprechende Klamotten? Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, was du machen kannst. Du kannst natürlich jetzt ein Be of Justin machen und da alles vorproduzieren lassen in allen Größen, in allen Farben, in tausend verschiedenen Schnitten und diesen Sachen. Und da tausende, zehntausende, hunderttausende Euro ausgeben. Finde ich aber jetzt für eine Privatperson, die früher jetzt mal wie ich irgendwo als Student sich ein Mode-Label aufbauen wollte, einfach viel zu teuer. Und seien wir es mal ganz ehrlich, es gibt so viele verschiedene Schnitte und so viele verschiedene Stoffe und Möglichkeiten am Markt aktuell jetzt schon, dass da keiner eigentlich das T-Shirt, also klar, wenn du es jetzt machen willst, kannst du es natürlich machen, das T-Shirt neu erfinden oder den Hoodie und diese Sachen und dann jetzt nochmal hier einen Zentimeter ran machen oder einen Zentimeter ab oder irgendwie so eine Sachen. Aber du kannst dich auch schon an den Sachen bedienen, die schon auf dem Markt halt einfach mal zur Verfügung sind. Weil wer ein eigenes Mode-Label starten will, der hat zu Anfang meistens weniger Kapital, als wenn er schon irgendwo ein Mode-Label hat, was seit Jahren irgendwie profitabel läuft. Also solltest du vielleicht überlegen, ob der Start in dieses Business, bevor du eigene Sachen kreierst und eigene Schnittmuster und diese ganzen Sachen, dass du vielleicht erstmal damit anfängst, vorgefertigte Dinge zu nehmen und die mit deinen Designs zu bedrucken. Das Ganze nennt sich dann Print-on-Demand. Dazu brauchst du nämlich auch gar keine hunderttausend Sachen irgendwie auf Lager legen, sondern da wird erst gedruckt oder da werden diese Sachen erst hergestellt, wenn bestellt worden ist, was ein Riesenvorteil ist, weil du halt einfach nichts auf Vorrat kaufen musst. Du musst keine tausenden Euro in irgendeine Kollektion stecken, wo du noch nicht mehr weißt, ob die Sachen sich halt verkaufen. Weil was bei den meisten Mode-Labels nämlich passiert ist, die gründen oder die fangen dann halt an, so eine Kollektion zusammenzustellen, haben da sagen wir mal zehn Pieces drin und davon verkaufen sich zwei. Und die anderen acht, die liegen dann bei dir rum und dafür hast du tausende Euro ausgegeben. Und auch wenn du auf der einen Seite bei diesen zwei Pieces hier dann wieder tausende Euro Gewinn hast, im Endeffekt ist das ein Plus-Minus-Null-Spiel und davon hast du auch nichts. Deswegen überlegst du dir lieber so erstmal aufzusetzen, dass du keine Kosten hast und deswegen mein Tipp, starte mit Print-on-Demand. Ich will dir das Ganze mal an meiner Brand zeigen und zwar, wenn bei mir jemand im Online-Shop kauft, dann passiert halt Folgendes, bei der T-Shirt-Druckerei, da geht es denn los, da werden die dann entsprechende Rohlinge nehmen, ob es jetzt ein Oversight-Shirt ist, ob es jetzt irgendwie ein V-Neck, sonst was mit Tasche, mit, keine Ahnung, irgendein Hoodie oder eine Jacke oder sonst was ist, dann wird das halt genommen, in die Maschine eingespannt, entsprechend bedruckt, dann wird, also vorher wird noch so eine Pasta halt draufgeklebt, damit das Design halt gut, also damit die Farbe halt gut hält auf diesem ganzen Ding. Wenn das Ding bedruckt ist, erst mit so einer Grundierung, dann halt mit Farbe drauf und anschließend kommt das Ganze in den Ofen, wird wie gebacken, getrocknet, so und dann wird das halt verpackt, verschickt an den Kunden und ich muss mich so gesehen um gar nichts kümmern und habe auch keine Arbeit, da irgendwie zu Post zu rennen oder weiß der Geier was und kriege eigentlich nur das Geld. Das ist eine sehr angenehme Art, um halt ein Business zu starten oder im ersten Mal so den Erstkontakt da drin zu haben, damit man auch nicht gleich überfordert ist, weil so kannst du dich erstmal auf deine Designs konzentrieren, ohne dass du mit zu viel anderen Sachen halt abgelenkt bist. Unsere Designs wollen wir auch noch gut präsentieren, so und um die gut zu präsentieren, dazu brauchen wir noch Models, Vorschau-Bilder, da hast du verschiedene Möglichkeiten. Du kannst natürlich jetzt auch, wie viele empfehlen, dann ein Fotoshooting machen, aber dazu hast du folgende Probleme und zwar erstens, die Leute müssen die Kameras richtig gut bedienen können, die müssen von Lighting oder Beleuchtung halt Ahnung haben, du brauchst gute Models, die wollen alle bezahlt werden und das kostet hunderte oder tausende Euro. So, brauchst du gar nicht, weil es gibt nämlich auch eine Möglichkeit für Placeit, da kriegst du nämlich für 17 Euro, kannst du da so eine vorgefertigten Models halt nehmen, wo du dein Design halt drauf projizieren lässt. Das geht sogar auch für Videos, also richtig in Bewegung, dass die Leute damit das Ding halt drauf haben. Das wird wie mit so einer Software halt drauf projiziert, denn dein Design, so und das ist ziemlich cool, wenn du damit irgendwie anfangen willst und erstmal bei Instagram so ein paar Postings erstellen willst zu bestimmten Themen, denn du findest bei dieser Website halt wirklich alles. Also du findest, wenn du irgendwie einen Hundeshop aufbaust, auch Leute, die irgendwie denn einen Hund haben auf diesen Vorschaubildern, auf den Mockups, wie wir das Ganze in der Szene nennen und da kannst du wirklich für jeden Bereich perfektes Mockup irgendwo finden, je nachdem, was du halt suchst. Und das Gute ist, daran ist alles ausgerichtet. Die Beleuchtung stimmt, das Make-up der Models stimmt und so weiter und so fort und du brauchst halt kein Vorwissen, kannst damit gleich loslegen. So eine andere Sache, um das Ganze als Brand natürlich besser darzustellen, sind zum Beispiel so eine Sachen, erstmal Web-Etiketten. Die solltest du zum Beispiel herstellen lassen, was hinten drin ist, dass du so ein bisschen mehr Branding hast. Da muss ich jetzt mal gucken, 23,95 Euro kosten da so in etwa 100 Stück. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch hier bei diesen Hang-Tags, was du auch machen kannst. Die sind jetzt ein bisschen klein, habe ich die jetzt gemacht, aber kannst du auch größer machen, je nachdem, was du machen willst, auch mit deinem eigenen Logo halt drauf oder mit deinem Design halt drauf, wie du es halt haben willst. Web-Etiketten haben wir hier auch, 23,95 Euro. Ne, Hang-Tags sind 25,95 Euro. Web-Etiketten 23,95 Euro. Man muss dazu noch sagen, bei den Hang-Tags, da sind keine Schnüre dabei, da brauchst du auch noch die Schnüre, die kosten 24, nee, 14 Euro, glaube ich, waren das? Ne, 19 Euro, 400er Pack, sowas, andersrum. Und für 19 Euro kriegst du halt 400 Stück davon, also kannst du damit mehrere Hang-Tags halt bedienen. Weiter brauchst du für deinen Shop noch eine Domain, die kostet 14 Euro im Jahr, also 14, 15 Euro im Schnitt. Damit bist du dann auch schon fertig, also das ist jetzt wirklich ziemlich wenig Geld. Gut, jetzt kommen wir aber zum größten Faktor, den du am meisten brauchst, ist nämlich und zwar Werbebudget. Um deine Brand erstmal bekannt zu machen, musst du halt einfach Werbung ausgeben und umso mehr, umso besser kann man da eigentlich nur sagen, 1.500 Euro, da solltest du schon so in etwa so anfangen, 2.000 Euro noch besser, um halt wirklich eine Brand erstmal bekannt zu machen und um das richtig halt zu testen. Das Schöne ist, bei diesem Print-on-Demand-Modell hast du einfach mega viele Vorteile, weil du viel weniger Stress hast, dich um viel weniger Dinge kümmern musst. Du musst keine Vorproduktionen machen, du hast keine großen Frachtkosten, irgendwelche Lagerkosten oder irgendwie so eine Sachen. Das brauchst du halt alles gar nicht, weil das wird alles für dich gemacht und alles, was du da eigentlich nur brauchst, ist eigentlich eine App, die du installierst in deinem Shopify-Store. Da gibt es halt sehr, sehr viele. Wenn du Print-on-Demand eingibst, das ist halt einfach nur ein Klick und einmal eine E-Mail-Adresse und ein Passwort hinterlegen und zack, hast du schon ein Drucksystem und kannst da schon loslegen. Damit deine Produkte auch gut beim Kunden ankommen, da gibt es zum Beispiel auch so eine Versandtaschen, was du machen kannst und diese Dinger halt sind so für 100 Stück, kann man immer so im Schnitt sagen, sind bei 119 Euro, genau so war es einfach. Kommt dir noch dem drauf an, was du natürlich machst. Das sind jetzt natürlich die teuren. Du kannst auch viel günstiger machen, wenn du über AliExpress gehst und dir da halt welche bestellst, dann bezahlst du bei manchen nur 7 Cent oder 0,7 Cent oder sowas. Also das kommt je nachdem drauf an, was du halt machen willst. Versandtaschen, auch eine ganz, ganz coole Sache. Kannst du denn mit deinem eigenen Design bedrucken, mit deinem eigenen Text bedrucken. Ganz geile Nummer. Die bringen wir jetzt demnächst zur Druckerei, damit die halt, oder was heißt morgen, damit da der ganze Spaß auch losgehen kann. Gut, also bleibt dran. Morgen geht es zur Druckerei. Da werde ich auch einen kleinen Vlog machen. Da fahren wir mal hin, die ganzen Branding-Sachen halt rüberbringen, dass das dann alles gebrandet wird. Dann machen wir den YouTube-Store hier online und an dem basteln wir auch ein bisschen rum. Also da auf jeden Fall hier dranbleiben. So, ich hoffe, du hast jetzt einen kleinen Einblick gehabt in das, oder in die Kosten, die dich so erwarten, was da so auf dich zukommt. Also keine Sorge, du musst keine 10.000 Euro oder 10.000 Euro aufgeben. Jede Privatperson, die da Bock drauf hat, kann so ein Modelabel aufbauen. Je nachdem, was du wie machst und wie schön du die Sachen ausstatten musst. So, das ist jetzt hier Bonus. Keiner muss damit halt anfangen mit diesen ganzen Verpackungen und diesen Hang-Tags und irgendwie sowas. Das brauchst du ja erstmal vielleicht noch gar nicht. Fang erstmal so an, deine Designs zu verkaufen und guck, wie die Dinger halt ankommen. Gut, ich hoffe, dir hat es gefallen und du hast so ein paar Einblicke in die Kosten halt bekommen. Ansonsten blende ich dir hier noch zwei weitere Videos ein und hier den Quick-Abo-Button. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, du hast viel Spaß beim Ausprobieren der Tipps und wie immer natürlich gute Verkäufe. Wir sehen uns beim Ausprobieren der Tipps.